Wie viele Seiten sind ungestempelt in meinem Pass? Muss man die Welt nicht erst mal bereisen, bis man eine Weltanschauung hat? Ich möchte geben, hab das Gefühl, es reicht einfach nicht, bis die nächste gute Idee in Reichweite ist. Die große Welt in meinen kleinen Händen ändern, all der Ängste ablegen, neue Wege kennenlernen. Salam ne, Salam no. Wie heißt das? Mit dem, Adi, Bunen. Salam ne, Salam no. Ich will mit allen reden können, zwar sofort. Ich geh auf Reisen, um zu sehen, wo ich was steh. Ich muss die ersten Tage setzen lassen, so wie Kaffee. Die Straßen sind voll, von Adis ist Solo. Mit Eindrücken, die tiefer gehen, als jedes Foto, was ich geschossen hab. Der Unterschied von Fantasie und dem, was ich hier offenbart, ist knochenhart. So wie der rissige Boden, renn durch die Hitze der Strophen, ohne zu merken, wie viel Durst ich hab. Ich könnte klingen, wie Erika Badu, auf dem Backtrack von Tim und Samu. Keiner macht, doch wär's nicht panisch. Ich sag nur ein Wort, amusik und alu. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Kaffee Kaffee Kaffee